Das sind Schablonen. Fertifation. Gesundheit. Basteltisch. Okay, Basteltisch kriegen wir auch hin. Ah, das kriegen wir auch hin. Jetzt haben wir hier einen Basteltisch. Ich habe hier einen Stanzer. Werkzeugteilbau. Basteltisch. Genau. Nach dem Basteltisch kommt die Werkzeug-Esser. Ah, ich brauche nochmal zwölf versenkte Ziegel bitte. Ach so heile. Okay, dann müssen wir aber erstmal schlafen. Es ist gerade... Okay, ich hau mich hin. Ich bin im Bett. Ich auch. Das ist schön. Also ich gucke, wie ich alles auftreiben kann, ja. Wenn nicht brenne ich mir das hier. Ich habe hier alles vor Ort notfalls. Ja, dann, weil ich muss dann erstmal wieder alles zusammenraben. Dann brenn du die diesmal selber. Dann mache ich hier die andere Produktion weiter, ja. Dann brauche ich ein Mörtel. Mörtel ist Ton, Sand und Kies. Ton, Sand und Kies. Dann habe ich Mörtel. Okay. Jetzt habe ich noch ein Buch. Tinkers Waffen. Okay. Jetzt habe ich Tinkers Waffen. Okay, Tinkers Waffen, Materialien. Cool. Okay. Ähm. Hm. 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 Was wollte ich jetzt brennen? Ton. 1, 2, ich mache mal 8. Und Kies. Ton bin ich auch gerade am brennen, für dich. Betonenbrenn ist meine Aufgabe. Ja, ja. Brauche ich ein Kies. Ist das Kies hier noch gar nicht da? Äh. Kies ist hier noch gar nicht da. Dann muss ich mal ein bisschen Kies holen. Kies. 64 Kies. Das ist doch gut. So. Das ist so dunkel in der Werkstatt. Vielleicht Dachboden vielleicht doch lieber wieder das Birkwold machen, obendrauf. Lassen wir es mal so. So Mörtel. Ähm. Ja, nicht so eingeben. Mörtel. Mörtel. Und Daumenmörtel. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir auch. Und 8 davon. Da habe ich 16 Mörtel. Da habe ich 16 Mörtel. Ja. ... und so. Flop. Und ... Flop. 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 Alles unten. Ok. Glaube ich jedenfalls. das kann man schmelzen das ist nicht verkehrt das gefällt mir so laut meinen zwei versenken ziegelsteine so kies irgendwie alles so dermaßen dunkel hier soll ich ein licht rein kriegen frage ich mich gut das ging auch hin spiel erarbeitet das ist gut habe ich irgendwo eisen natürlich nicht wie baue ich da jetzt die treppe hoch ist viel wichtiger ich komme jetzt die treppe hoch hey was ist das man kann die sachen gar nicht mal gar nicht aufnehmen auch obwohl du noch genug platz hast ja weiß ich nicht ach ich habe gar keine aktion ist noch eine axt wieder bauen das ist gar nicht nett scheiße das ist erde entschuldigung für den begriff gar kein eis mehr sehe ich gerade das ist ja toll meine steinachs bauen so weit ist es jetzt schon gekommen ich brauche muss eine steinachs verwenden wie komme ich jetzt eigentlich hoch ich brauche ich eine wendeltreppe weiß ich noch nicht mal gucken so baue das ganze so das weiß ich noch nicht das baue muss ich mal gucken wie das nachher wirkt das wäre schon mal hier oben so wenn ich jetzt schon mal hier oben bin kann ich auch hier schon mal ich weiß noch nicht wie die treppe nach oben baue hier gleich als wendeltreppe sogar ich weiß es auch noch nicht bin mir da noch so unschlüssig weißt du so so sag bescheid wenn du schlafen möchtest ja ich möchte jetzt schlafen gut gehe ich schnell rüber nicht dunkel genug okay dann warte mal ein momentchen irgendwie noch eisen finden eisen unbedingt eisen mit mir hier ich kann dir gleich eisenblöcke schon wieder mitbringen ja dann ja damit ja kriegst du so also je treppe hier ich gucke mal schnell was meine produktion macht ich gucke mal schnell was meine produktion macht dann bringe ich dir gleich eisen mit ja vier große balkon wirklich großen balkon vorne raus oder nur so einen kleinen balkon balkon ok mache ich dann hinterher hier den balkon hier vorne raus zum see dann ne vielleicht bei euch an beiden ecken vielleicht eine wendeltreppe wo man hochgehen kann könnte man ja machen so haben wir noch holz wir haben noch holz super ja bringe ich dir auch gleich wieder was mit geh zu deinem steinbäumchen das hast du schon wieder deinem steinbäumchen da hat schon wieder hatten das ist jetzt das ist du 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit auch. Damit auch. So, jetzt rüste ich mich zum Aufbruch. Ich. Findest du denn auch hierher? Findest du denn auch hierher? Ja. Ich muss mal kurz ein bisschen Holz holen. Ein Holz gibt immer so viel drauf. Ja, ich bringe dir gleich Nachschub. Und sagst du, brauchst du, bis der Arzt kommt, ne? Ja. Alles in Arbeit für dich hier. Ohne Thron geht gar nichts. Gehen wir hier auch nochmal raus? Also, der läuft nämlich so durch. Der läuft so. Hätte alles eine Etage höher machen müssen, aber da passt die Symmetrie nicht mehr so schön. Ah, das lassen wir jetzt so, ne? Ja. Früher waren die Leute auch immer kleiner. Ich glaube, so wollen wir anders Holz eigentlich auch nicht von den Blöcken, ne? Kann das sein? Nein, nicht so wirklich. Soll ich eine Wendeltreppe nach oben bauen? Wenn du es hin kriegst, kannst du das machen. Weiß ich nicht. Probier das einfach mal. Binnenfäden, soll ich dir auch schon welche mitbringen oder noch nicht? Wenn du möchtest, bring mit. Ach, dann bringe ich auch nochmal mit. Mach das. So, wenn wir hier jetzt der Wendeltreppe hinbauen. Das heißt, wir kommen hier lang. Was das wirklich so schön ist, weißt du? Mal gucken. Das heißt, wir kommen hier. Ja, wir haben hier eine Wendeltreppe. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Das kannst du so bauen, sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. So können wir das, glaube ich, lassen. Die oberen Stockwerke werden höher, die unteren sind noch höher gebaut, aber ich lasse das jetzt so. Jetzt müsste ich das ganze Dach vom Nebengebäude auch wieder abreißen, habe ich keine Lust zu. Das bleibt jetzt so, ne? Ja. Ich finde, das sieht gut so aus. Deckenbalken hier drin, das hat was. Kostet was essen. Machen wir jetzt mal kurz zwei Fackeln, aber ein bisschen heller ist hier drin. Das machen wir hier drüben auch. Hier drüben machen wir auch so eine Wendeltreppe. So, das lasst ihr wieder kaputt machen. Autsch. Ich war es nicht. Das war aber anders. Nochmal. Beinseitende Wendeltreppe. Genau. Vier. Die geht jetzt andersrum, die Wendeltreppe. Die geht jetzt so rum. Flupp. Flupp. Ah, doch nicht so, du blödes Ding. So rumgehen. Geht dann so. Oh, das ganze mit Wendeltreppen, ne? Ja. Oh, hier baue ich wieder verkehrt rum an, die Blödsmann. Ah, okay. Da haben wir zwei Zeugelscheine reinsetzen. Soll ich dann hier aufgehen. Na, da, 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 da. Mal Wendeltreppen im Haus. Okay. 19 mal Eisen für dich. Ja, so schön. Jetzt schon wieder Nacht. Wirst du schlafen? Ja. Okay. Bin im Bett. Ich auch. Sehr gut. Ich glaube, die Wendeltreppen, die den Platz sparen, sind es gar nicht mal so verkehrt. Was sind die? Oh ja, ich bin im Reifel. So, dann geht's ja. Das andere war auch nicht höher. Ich habe drei Reihen so gehabt, ne, das andere war auch nicht höher. Das passt alles. Ja, aber Gott wird trinken, ob du hast. So. Mal zwei Treppen. Ich kann jetzt oben nicht weiter bauen. Flup. Da müssen wir eigentlich so noch mal vorbeikommen, oder? Klar, super. Klasse, finde ich gut. Finde ich gut. Auch wenn wir eine Eichenholzdecke wieder reinziehen, ja? Auch im Haupthaus, oder wie? Ja. Da muss ich auch mal ganz viel Eichenholz machen. Da ist ganz viel. So. Ich arbeite schon am Haupthaus. Ich habe schon wieder Kohle gefahren, dass die Produktion wieder weitergehen kann, ne? Ah, das ist doch schön. Ich habe gar keine Ahnung, das eigene Holz mehr. Okay. Wollen wir hier weiter bauen. Das ist ein ganzer Dachbrunnen-Seil, oder soll man von oben runter gucken können? Kann auch von oben runter gucken. Ich lasse hier das Feld in der Mitte hier mal frei. So, was ist alles alles? Blumms, da runter. Das hat sich jetzt jemand wieder ausgesandt. Mal kurz gucken. Ein Bäumchen. Nein, hier ist alles im Grünbereich. Sehr schön. Das freut mich doch. Ich bringe jede Menge gleich Eichenholz hier mit. Okay. Da ist auch keins drin. Okay. Okay. Kann ich schon mal ein Bettchen hinstellen, zur Sicherheit. Ich hatte da noch so wie Eichenholz hin gehabt. Oder habe ich die im Rucksack? Warte mal kurz. Kann auch sein, dass ich die im Rucksack habe, ne? Na klar. Kann ich auch lange suchen. Die im Rucksack habe. So. Genau, hier bauen wir Wendeltreppen hin. Das finde ich gut. Das hat nämlich richtig was. Das ist ja, ich glaube, 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 das ist ja. sehr schön und bergbank und dann machen wir was daraus macht hat er noch gehabt wie blöd man das ist egal brauchen wir so oder so zu machen wieder rein bauen oder kann man machen mal gucken wo ich den baue das weiß ich jetzt noch gar nicht da muss man offen lassen weil da ist nämlich damit noch was was hast du mit aber ein schlafzimmer und balkon ist ihr das recht dann verkehrt gebaut so hier ist die decke auch gleich drin aber wieder ein häuschen was sicherer ist da können wir nichts rein machen so das ist gut das gefällt mir das ist sehr sehr schön das gefällt mir so ja 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 ja